Willkommen zu Let's Play Super Smash Bros. 3DS! Nach den Abenteuern auf Nintendo 64, Nintendo Gamecube und Nintendo Wii erscheint der vierte Teil der Prügelorgie für Nintendo 3DS. Okay, der große Affe macht auch... Hat auch was auf dem Herd stehen gelassen. Ah, sehr schönes neues Item, pass mal auf. Dieser Lavaball, ich weiß jetzt gerade die offizielle Bezeichnung nicht. Habt ihr gesehen, wie der abgeht? Intelligent eingesetzt, kann er ganz schön was reißen. Ich hab'n Tanuki! Und die, die rast in den Elektroball rein, das macht ihm auch nichts aus. Posen können wir immer noch. Bist du jetzt mit der... Oh, okay. Die reißende Strömung. Ja, nix für jedermann. Mann! Stell mich mal wieder an, nur wegen Lucky-Tour in diesem Laser-Fuzzi. Wo kommt der her? Hab' ich jetzt nicht erkennen können, aus welchem Game. Stell mich mal wieder an wie ein abgelaufener Joghurt, aber das mit Erfolg. Guck mal, ein Tiki aus Donkey Kong Country. Returns! Mein alter Kampfspruch. Kampfruf. Guck, die anderen kriegen das gar nicht so schön gebacken. Alter! Hier darf nix schief gehen. Was zum... Was? Hey! Was soll das denn? Da hat jemand die Hasenohren weggenommen. Das war natürlich sehr schlau. Ja, ich bin irgendwie gestorben. Aber das Problem ist, der hat mich ja irgendwie total weit hinten abgesetzt. Pikachu darf uns jetzt nicht mehr baden schicken. Okay, ich hab' ihn aber immer noch nicht erledigt. Jetzt brennt's! Okay. Was ist dick? Ich hab' eben nach links geschlagen. Da hab' ich gedacht, dass er auch nach links abfeuert. Na gut. Falsch gedacht, aber nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Wenn ich da weggeschleudert worden wäre, hätte ich von neu anfangen müssen und das wäre nicht so schön. Nein. Ich achte die ganze Zeit so hinten auf den Hund, weil er immer irgendwas macht. Das war jetzt richtig dumm. Alter, fliegt... Fliegt alter Luigi weg. Nein! Ich hab' mich selbst rumgebracht mit meinem Move. Ich wollte doch so ein bisschen angreifen und bin aus dem Bildschirm raus. Das ist doch dein Untergang, oder? Muss ich von vorne anfangen? Ich bin so dumm. Oh Mann, ey! Ja, also mit Cheek sollte ich echt auch keine großen Probleme haben. Nichts, was wir nicht hinkriegen. Die mache ich schon noch blatt. Warte. Was zum... Oh, nein. Mit dem Pokémon hab' ich aber nicht gerechnet. So ein Fail! Was? Ach, wir waren auch noch ein Team. Deswegen hat meine ganzen Angriffe auf Bowser nix ausgemacht. Ah, das merkt man manchmal gar nicht so. Aber egal, ich hab' voll gewonnen. Ich hab' noch beide Leben. Ich hab' nix gesagt. Ich geb' mein Bestes, aber das war's. Oh, 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 okay, okay. Also wenn ich das hier noch komplett gewinne, dann geb' ich eine aus. Damit hätte sich das erledigt. wo man auch ein Bestes die Evolution kommt. 돼요 sind.